Musik 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 Ha ha ha! Ha, Tim X-Pack-Bard! Ha ha ha! Heute eine Schräglage, verehrte Gäste, bei allen Wohnräumen, da rutschen natürlich die Kaffeetassen auf die Seite, und treten dann in den Seilen, aber das sind die Grenzmanöver. Damit wird einmal bewiesen, mit wie viel Akribie die Aerodynamik berechnet wurde, dass mit diesem Luftfahrzeug, Wahnsinnsgerät, derartige Fluglagen erreicht werden können. Hat natürlich auch etwas Fantastisches, denn in diesem Rahmen wissen die Piloten auch, dass in haarigen und spitzen Situationen sie in der Lage sind, noch Reserven zu haben in ihrer Manövrierfähigkeit.